Maria Porres, ein Native von Kraldi, war letztlich nahe der Stadt von Dune. Bleibe ruhig und versteckt. Finde nützliche Gegenstände. Schalte Ausgänge frei. Und flüchte vor der Familie. Eine sehr, sehr nette Familie. Ey, das anpacken soll keiner ignorieren, Junge, da regnet es fette Anzeigen. What the fuck? Warum soll man sowas ignorieren? Junge, Anzeige ist raus, fertig ist. Also. Zumindest werde ich das so machen. Anzeigen, johin. Sexualer Belästigung, hallo? Er kann die Dinger zerstören, das wusste ich gar nicht. Oh oh. Er kann das zerstören. Ich dachte, der kann da so mit seiner... Mit seiner Kettensäge reinjagen, aber nur um zu verletzen. Tja, mein Freund, mein Chase ist größer, äh, krasser als deiner. Mach platz da. Er ist immer noch hier nebenan. Tja, kein Problem. So, und wir brauchen noch einen Dietrich. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Es kann funktionieren auf die Dörren. Komm, komm. Hey, warte mal. Junge, bist du dumm oder was? Was machst du denn die Tür so krass auf? Ja, vollidiot. Das sieht so präzis. Vollidiot. Wir machen die Tür dann auf und dann holen wir uns noch einen Dietrich, um sicher zu gehen. Alle, alle, alle am Bewegen. So, warte mal. Jetzt weiß ich nicht, war da hinten irgendwas? Ich muss zusehen, dass ich so schnell wie möglich noch einen Dietrich kriege. Warte da. Ich kann das nutzen. Guck mal, aber Chat, das wäre wieder ein Spiel gewesen, was man mit irgendjemand anderes hätte spielen können oder streamen können oder was weiß ich. Gerade, das ist ja in diesem Xbox-Pass enthalten. Ansonsten kann man es wie 14 Tage testen. Hä, was machst du schon wieder hier? Hä? Ne, das darfst du ja nicht. Das darfst du ja nicht machen. Gottes Willen. Hier, ich weiß nicht. Ich glaube, da hinten. Ach, nee, nee. Da hinten sind die anderen. Ich glaube, ich habe sie verloren. Ich glaube, ich habe sie verloren. Hier sind wir das letzte Mal draufgegangen. Einer ist schon geflohen. What? Okay, er war nicht hier. Nope, 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 nope. Ah, der hat mich aufgeschnitzt. Oh, shit, da ist jemand anderes. Ich bin tot. Ich bin tot. Garsten Wave. Ich habe das Wave gefunden. Was ist das? Hehe. Have fun. Wir müssen, wir müssen irgendwo schnell hinlaufen. Fuck, er hat meine Aura jetzt. Oh, shit. Ich brauche irgendwas zum Heinen erst mal. Da war Energie. Nein. Please. Nein. Bitte, ich bin... Ah, shit, hier hat er abgesperrt. Danke. Danke, mein Freund. Da hat er mir meinen Arsch gerettet, Alter. Danke. Jesus. Nein. Nein. Da hat eigentlich jemand geredet. Ich weiß halt nicht, wohin. Ich weiß nicht, dass ich es nicht verstanden habe. Keine Ahnung. Oh mein Gott, lauf! Ab in die Freiheit. Bitte, bitte! Bitte, bitte!